In diesem Video werden wir uns mit Telnet beschäftigen. Telnet steht für Teletype Network und wurde schon 1969 im Jahr der Mondlandung entwickelt. Es handelt sich um ein Protokoll auf Schicht 5 des ISO-OSI-Schichtenmodells, also der Session-Schicht, und verwendet TCP als Transportprotokoll. Der Standardport für Telnet ist 23. Durch dieses Protokoll wird eine bidirektionale Kommunikation zwischen einem Client und einem Server ermöglicht. Telnet ist als Kommandozeilenprogramm zum Emulieren eines Terminals konzipiert, mit dem man sich remote auf einen Server draufschalten kann. Das heißt, es funktioniert rein textbasiert, ohne GUI. Mit Telnet können Server administriert, Netzwerkgeräte wie Router, Switches etc. konfiguriert, Programme aus der Ferne gestartet und Dokumente erstellt, bearbeitet sowie gelöscht werden. Zudem kann man mit Telnet auch überprüfen, ob bestimmte Ports auf einem Server offen sind oder nicht, also eine Aufgabe, die normalerweise durch Netzwerkscanner wie Nmap umgesetzt wird. Dazu gibt man einfach den Befehl Telnet ein, darauf folgt dann die IP-Adresse des Servers und mit einem Leerzeichen getrennt die Portnummer. Wenn der Port auf dem Zielsystem offen ist, dann sieht das Ergebnis zum Beispiel so aus. Oder so. Wenn der Port allerdings nicht offen ist, dann erhält man oftmals diese Nachricht als Antwort. Schauen wir uns nun die Funktionsweise von Telnet mal im Detail an. Der sogenannte Terminate-Driver nimmt die in Textform kommunizierten Befehle des Benutzers entgegen und sendet sie an den Telnet-Client. Dieser übersetzt die Befehle in ein standardisiertes Format, das von verschiedenen Systemen verstanden wird. Dieses Format bezeichnet man auch als Universal Language. Das Network Virtual Terminal, kurz NVT, beschreibt den Standard, den beide Kommunikationspartner befolgen sollten. Die so vom Benutzer verarbeiteten und versendeten Informationen werden nun beim Ziel an den Telnet-Server übergeben, der die Benutzereingaben von der Universal Language in eine Sprache übersetzt, die das Zielsystem versteht. Der Telnet-Server ist sozusagen das Gegenstück zum Telnet-Client. Das Ergebnis wird dem Pseudo-Terminate-Driver übergeben, der die Befehle dann ausführt. Welche Vorteile hat Telnet? Da nur Textbefehle verwendet werden, ist Telnet sehr schnell. Man kann auf einfache Art und Weise remote mit einem Computer bzw. Server kommunizieren und das sogar bidirektional, also in beide Richtungen. Telnet ist quasi unabhängig vom Betriebssystem und kann auf Windows, macOS und Linux verwendet werden. Und welche Nachteile hat Telnet? Nun, da Telnet in dem Jahr entwickelt wurde, als es überhaupt erstmals gelang, eine Nachricht über das Netzwerk zu verschicken, hat man sich noch keine großen Gedanken über Themen wie Verschlüsselung gemacht, weil damals noch nicht absehbar war, in welchem großen Personenkreis diese Technologie später einmal zugänglich sein wird. Die über Telnet versendeten Befehle liegen also im Klartext vor. Telnet sollte demnach nicht mehr bei der Kommunikation über das Internet verwendet werden, weil dadurch Informationen wie Benutzernamen und Passwörter abgegriffen werden können. Allerdings sind ältere Systeme manchmal auf Telnet angewiesen und unterstützen keine sicheren Alternativen, wie beispielsweise SSH. Zudem handelt es sich um ein sehr altes Protokoll, das zahlreiche Sicherheitslücken aufweist. Man sollte stattdessen SSH verwenden, was wir uns in einem anderen Video näher anschauen werden.